Kemal Luris, ich freue mich, dich heute mal vor meiner Kamera zu haben. Und ich muss dir sagen, es gibt sie noch, die Menschen, die den Kemal als Gastroflüsterer nicht kennen. Glaubst du das? Auf jeden Fall. Also wir wachsen jeden Tag. 1.000 Abonnenten, glaube ich, pro Tag, ja? Genau, auf TikTok und auf Instagram kumuliert zusammen. Und wir sind noch am Anfang. Also ich hoffe, wir brechen dieses Jahr die eine Million Grenze. Wir sind ja so bei 740.000. Aber für mich ist ganz wichtig, nischig zu wachsen. Also ich könnte natürlich meinen Content ein bisschen aufmachen, allgemeiner machen. Aber ich glaube, es geht nicht um die Masse, es geht um die Klasse. Es müssen am Ende Gastrofkollegen sein, weil denen will ich helfen. Sein, tun, haben, ist so ein bisschen auch dein Motto. Ich glaube, du hast vorhin gesagt, 25 Jahre hast du richtig kämpfen müssen, um jetzt ein bisschen zu haben. Bist du schon beim Haben oder bist du noch beim Tun, Kemal? Ja, ich tue, aber ich tue das, was mir entspricht. Und dadurch ist das Haben zufriedenstellender. Also ich bin zufriedener. Ich bin noch nicht angekommen. Ich glaube, ankommen tut man im Leben nicht. Es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende und das ist eine Reise. Der Weg ist das Ziel, auch wenn es abgedroschen klingt, ist eine Reise. Und ich glaube, für mich kann ich sagen, ich meister meine Reise immer besser durch die Erfahrungen. Jetzt bist du ja Vorkämpfer für die sieben Prozent, hast auch einen Teilevoll, können wir schon sagen, mit der Branche erreicht. Für die Gastro, aber natürlich auch für die Hotellerie, für die ich wieder ein bisschen mehr spreche. Da herzlichen Dank, weil die hängen natürlich sehr, sehr eng zusammen. Da haben wir noch ein Tun, oder, für uns? Ja, es war vor drei Tagen noch so, dass ich gedacht habe, das Ding ist durch für uns. Jetzt kam gestern der Loch mit 60 Milliarden. Es bleibt spannend, wir können nichts sagen. Und ich glaube, die Entscheidung wird nicht morgen fallen. Morgen hätten wir sie gehabt, spätestens. Ich glaube, die wird noch mal vier Wochen gehen. Und das ist das als ungeduldiger Mensch, was mich so... Aber am Ende hoffe ich, dass es gut ausgeht für uns. So, abschließend die Frage. Wenn wir jetzt... Ja, irgendwie musst du auch manchmal zur Ruhe kommen, Kemal, oder? Ja. Weil man sieht dich auf allen Kanälen und 700.000 Follower insgesamt. Wie kommt der Kemal doch zur Ruhe, um auch ein bisschen zu reflektieren? Muss ja sein. Ich habe ein gutes Team, so in meinen operativen Geschäften, auf die ich mich, soweit es geht, verlassen kann. Abends bin ich gerne mit meiner Katze, mit meinem Hund auf der Couch und gucke Netflix. Ganz einfache Dinge. Und versuche nicht so komplizierte Dinge noch abends mehr reinzuziehen, sondern einfach Leerlauf so ein bisschen. Chillen. Auf Bier, auf Alkohol allgemein verzichtest du auch seit 250 Tagen. Wie sieht es mit einer guten Tasse Kaffee aus? Das trinken wir jetzt. Das trinken wir jetzt? Ja, ja, klar. Wunderbar. Freue mich. Dankeschön für das Interview. Weiterhin alles Gute. Ciao. Vielen Dank. Danke. Und einmal jetzt für mich noch einmal klatschen, bitte. Hallo, meine lieben Gastro-Kollegen.